Und jetzt überrasche ich noch eine Gewinnerin in Osterhöhnenfeld. Ich glaube, es ist noch ein Stück. Osterhöhnenfeld ist groß. Die Tür ist schon offen. Da erwartet uns schon jemand. Hallo. Kommen Sie gerne mal mit ein bisschen in die Sonne. Ich habe auch den Frühling mitgebracht extra heute. Einmal in Form einer schönen Blumenstraße. Sie haben eine Lust der Deutschen Postkotelotterie? Ja. Und Ihre Postleitzahl war die glückliche im Monat März. Ja, schon passiert. Haben Sie schon gehört? Schauen Sie doch mal rein, was Sie gewonnen haben. 5000 Euro. 5000 Euro. Wow, vielen Dank. Ich kann es gar nicht beschreiben, also ich habe sowas noch nie gefühlt. Ich habe noch nie was gewonnen und bin seit einem Monat dabei und ja, habe jetzt gewonnen. Yes. Sehr, sehr cool. Da habe ich schon eine Verwendung für. Direkt? Was hast du damit geplant? Ich plane noch ein Masterstudium zu machen. Ich plane schon seit längerem noch ein Masterstudium zu machen und da hatte ich halt immer ein Fragezeichen dran gesetzt und mit dem Gewinn kann ich da jetzt ein Ausrufezeichen hinter machen. Das ist ziemlich cool. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie drücken. Klar. Mein Name ist Felix und vielleicht stehe ich bald vor Ihrer Tür. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.